9 oder 6? 6 Punkte! Nein! Ich habe Parker! Okay, nächster. Wo ist er? Alter, mit Spannung! Achtung! Nein! Reichtest du ein Kaffee? Ich kann mir nichts kaufen, glaube ich, ne? 1 Euro! Warte, das spiegelt! 1! Komm, komm, komm! Hä, wo ist der? Oh, Mann! 4 Euro! Hallo, Freunde! Was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Der Würfel wird heute einen Tag lang bestimmt, wie viel Geld wir fürs Essen ausgeben müssen. Wir sind jetzt hier im Tante-Emma-Café und haben uns auch schon Frühstück bestellt. Heute sind auch noch mit am Start Saskia und die Engeler-Büder. Hallo! Und wir werden für alle ein Video drehen, also schaut auf jeden Fall auf allen Kanälen vorbei. Das werde ich euch am Ende in der Endcard einmal verlinken. Und jetzt zeigen wir euch mal unser Frühstück. Ich habe eine 6 gewürfelt und habe mir für 3,50 Euro hier zwei Croissants mit Butter und Marmelade geholt. Und dazu für 2,20 Euro gibt es noch ein Wasser für mich. Aufgerundet sind es dann 6 Euro. Ich hatte ja die höchste Zahl, ich hatte eine 18, also 18 Euro. Richtig saftig. Die Pancakes haben 7 Euro gekostet. Das Avocado-Brot 8,50 Euro. Und dann durfte ich mir sogar noch ein Getränk genehmigen. Eine heiße Schokolade 2,50 Euro. Freunde, ich habe eine 2 gewürfelt. Für mich gibt es leider nicht so viel. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn man schon mal in Hamburg ist, kann man auch das gute Franzbrötchen testen. Ich kenne es zwar schon, aber ich will mal gucken, wie es hier schmeckt. Freunde, ich weiß nicht, warum Art ist beschwert, aber ich habe nur eine 1 gewürfelt. Konnte mir leider nur einen Laugenball holen. Ich bin gespannt. Freue mich. Habe echt Lust. Ich habe eine 4 gewürfelt. Ich war damit immerhin der drittbeste. Ich habe mir auch einen Laugenball geholt für 1 Euro und einen Cappuccino für 2,80 Euro. Aufgerundet 4 Euro. Jetzt gönnen wir uns das Ganze. Die Frage ist ja jetzt, fängt mal mit dem Däffigen an oder mit dem Süßen. Ich fange normalerweise immer mit dem Däffigen an. Ich auch. Aber die Pancakes lächeln mich so an. Deswegen heute mal ein bisschen anders. Auf jeden Fall erstmal alle 3 Schichten. Dann nehmen wir hier alles mit, was hier drauf liegt. Meint ihr, die geben hier Butter für 20 Cent? Ist ein bisschen trocken. Die Pancakes sind heftig, heftig lecker. Die sind richtig schön süß. Und dann mit diesem säuerlichen Joghurt ein Schmaus. Du reibst uns noch unter die Nase. Alle gucken nur so, wie das dir das Essen schmeckt, weil sie es sich am meisten gönnen konnte. Das ist einfach ein Taste Test von meinem Essen. Das ist das Video. Mandy, wie ist dein Croissant? Ist gut. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Willi, du bist dankbar für deinen Ball, ne? Ja. Das ist super. Okay. Alright Freunde, ich teste jetzt das Franzbrötchen. Sogar mit extra Schokolade hat Mandy bestellt. Schauen wir mal. Sehr, sehr lecker. Und bist du traurig, dass du nur eine 2 hattest? Null. Und seid ihr satt geworden? Nein. Ich muss sagen, es war in Ordnung. Ich bin schon ein bisschen satt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel Geld wir beim Mittagessen ausgeben werden. Wir fahren jetzt weiter zum Mittagessen und wir fahren jetzt zu einem Restaurant, zu dem ich schon die ganze Zeit hin wollte. Spacca Forno heißt es. Und ich bin richtig gespannt und ich hoffe, dass ich eine hohe Zahl wiffle. Ich brauche auf jeden Fall mindestens eine 15, weil das wurde uns empfohlen. Das soll ein richtig guter Italiener sein und wir haben einen heftigen Pizzaofen. Ich brauche mindestens 15 Euro für eine Pizza. Ja, ich hoffe einfach auf eine hohe Zahl, weil ich bin nicht so satt geworden gerade. Deswegen eine 20 wäre schon nice. Wow, was geht das? Ich habe die ganze Zeit angesagt. Ich bin die beiden jetzt so vorliegen. Ich brauche mindestens, sagen wir mal eine 17. Ah, 12. Okay, man kann mit arbeiten. Ist okay. Bei mir reicht eigentlich eine 10, weil ich hatte ja gerade schon extrem viel. Aber ich hoffe, nichts unter einer 5. Also 10, 10, 10, 10, 10. 11. Wow, Alter. Ich hoffe auch mindestens eine 15. 18. Geil. Jetzt wäre es richtig geiles zu essen. Ich wollte ja eigentlich unbedingt Trüffelpasta essen, aber die kosten einfach 25 Euro. Aber für 18 Euro werde ich auch was richtig cooles finden. Dann wäre es richtig möglich. Ja, ich bin der Rennsteig. Ja, ich bin der Rennsteig. Jetzt werde es gleich ab. Ich bin der Rennsteig. Ja, ich bin der Rennsteig. Oh nein! Deine Schöne. Geil. Ja, ich bin der Rennsteig. Also, was ich vom U-M-M-M-M-M-M-M-I-M-M-I-M-M-M-M-A-N-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ich habe einfach perfektes budget gewürfelt 16 euro somit konnte ich mir ein wasser holen für 2,50 und eine pizza für 13,50 euro sind genau 16 euro ich habe bisher mit der pizza bäckerin geschnackt die ist die einzige pizza bäckerin in hamburg also was italienische pizza angeht sie kommt direkt aus neapel und diese pizza hat sie gezaubert mit dem rand einfach man sieht dass es gut ist der ofen ist geil die zutaten sind minimalistisch aber perfekt abgestimmt ich werde einfach mal ein stück hier von meiner diavola pizza die eine meiner lieblingspizzen ist probieren so dünn 10 von 10 so freunde ich habe ihr glück gehabt habt die 20 gewürfelt konnte mir somit eine kopf für 3,50 hatte dann noch 16,50 für diese weltüberragende pizza ziehe ich das mal rein die primavera mit schönen buffalo mozarella buffalo ich glaube kurata kurata ihr wisst bescheid auf jeden fall freunde ich habe da so heftig bock drauf das ist das beste das ist einfach nur ein träumchen alles drauf freunde sehr sehr wichtig ich habe zwölf gewürfelt mir war es einfach nur witzig wie war es einfach nur wichtig dass ich irgendeine pizza hier essen kann weil ich habe einfach ohne bock drauf gehabt und wie gesagt ich habe die zwölf gewürfelt und konnte mir somit die lavera pizza napoletana gehört für 11,50 ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet dass sie so aussieht aber ich teste rein ich habe auf jeden fall bock drauf weil sie so eine pizza habe ich noch nie gegessen schauen wir mal freunde ich habe eine elf gewürfelt also eine perfekte mitte und konnte mir penne alrabiata gönnen leider kein getränk aber ich würde sagen wir probieren einfach mal die nudeln richtig schön tomatisch leicht scharf perfektes mittagessen ich bin heute die extra wurst und zwar wollte ich unbedingt hier die trüffelpasta probieren in einem anderen restaurant habe ich schon mal trüffelpasta gegessen und da saß ein man neben mir und er meinte ich muss hier unbedingt die trüffelpasta probieren die haben wie gesagt 25 euro gekostet aber ich habe nochmal gefragt weil die sind hier richtig nett wir dürfen hier filmen und dann habe ich nochmal gefragt ob die mir eine kleinere portion machen können für 15 euro weil das habe ich jetzt noch offen ich habe ein wassergut nämlich für 3,50 und er meinte ja er macht mir eine kleinere portion und hat mir doch mal aufs haus ein stück trüffelpizza gegeben und das werden wir jetzt mal probieren und danach werden wir noch die trüffelpasta probieren sieht auf jeden fall so lecker aus lecker oder? das ist echter trüffel man Leute, ich mache vorne, ich verlinke es euch nochmal, schaut dort unbedingt vorbei und ich freue mich gleich auf meine trüffelpasta ich habe meine trüffelpasta und ich freue mich extrem und habe so bock darauf lecker ne 11 von 10, ich wüsste nicht was ich besser machen soll, aber bei der pizza auch, richtig lecker die haben jetzt Nachtisch aufs haus bekommen, die sind übelst korrekt hier, er hat uns erklärt, wenn ich das richtig zusammenfasse, zerstoßene Kekse mit Mascarpone Creme, Eis und ein Schuss Espresso drüber mal gucken wie es schmeckt, sowas noch nie gegessen, die haben drüber auch einen Mandy nicht, weil Mandy mag keinen Kaffee mit dem Kaffee Geschmack und das Süße passt so gut ihr seid ja eh voll die Kaffee Junkies, Leute so nett, weil ich keinen Kaffee mag, haben sie mir was anderes gemacht und zwar gibt es für mich Panna Cotta habe ich schon so lange nicht mehr gegessen Boah, das sieht richtig geil aus Perfekt, einfach mega lecker, richtig gut So Leute, es geht jetzt weiter mit einem Snack und mir ist aufgefallen, dass 67,2% die meine Videos schauen den Kanal nicht abonniert haben deswegen würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und es geht weiter mal schauen wie viel Euro ich für einen Snack ausgeben darf 7 Juhu Das ist perfekt, weil ich bin so voll gegessen Mein Trickshot wird jetzt hier in diesem Karussell passieren Zählt wieder eine hohe Zahl 2 20 Nein, es ist näher an der 2 Nein, es ist 20 Okay, dann darf sie nochmal Schreib mal in die Kommentare, was das ist Ich darf nochmal, aber ohne dass Willi mich dreht Weil der hat übertrieben Hey, was soll das? Spielplatz Gang, Digga Willi, Finger weg Finger weg, lass rein, Freunde Okay, jetzt ist 7 Perfekt, das ist okay Wow Oh, es ist... Spitze Nochmal? Ja nochmal Nein 20 Das wird geil Oh, Müffel verloren Da, da, da Hast du ihn? Siehst du ihn? Und 13 Ja, ist gut 13, ja 13 ist schön Für mich müssen wir wieder wandern Komm mit meine Kamera So eine Action-Show Ich habe einfach... Das hier wird mein Trickshot Das funktioniert nicht, wie gedacht Ich brauche was härteres Ja Ja 20 Ja, 20 Der gute Alte Dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal aus den Snacken Wir sind gerade bei Donut Wir haben echt viel leckere Sachen gefunden Oskar und ich haben beide 20 gewürfelt Das heißt, wir mussten ordentlich reinhauen Also man sieht ja auch vor uns Wir haben einiges Ich habe hier erstmal Ein Bubble Tea Dann habe ich noch einen großen Latte Macchiato Dann ein Cake Ein Cheesecake Stick Weil hier ist so zum Nehmen Richtig praktisch Richtig nice Dann haben wir noch einen Bueno Donut Und ein Ich glaube Kinder Country Donut Also das ist meine Bestellung Ich würde sagen, ich probiere einfach mal schnell was Zack Boah Lecker? Mhm Wunderbar lecker Ich habe auch 20 Euro, deswegen habe ich so einen heftigen Oreo Shake für 5,50 Euro Kennt ihr das? So Papierstrohhalme und da setzt sich ein Stück Oreo fest und du kannst nicht mehr trinken Aber ist auf jeden Fall trotzdem lecker Und dann auch eine Menge Donuts Der hier ist besonders, weil der gefüllt ist So ein bisschen Erdbeer ist hier drin Deswegen war der teurer 93, die anderen Donuts waren 92 Und der Cheesecake war 5,50 Euro Somit komme ich fast genau auf 20 Euro Bisschen weniger Aber auf jeden Fall viel zu viel für meine Diät Aber heute ist Cheat Day Wow Okay Family and Friends Wir haben hier ganz easy peasy Bei mir ist es ein bisschen humaner Ich habe hier eine 13 gebürt Wir haben hier einen Cheesecake Stick Einen Donut Und ein Käppchen Insgesamt bin ich bei 12,40 Euro gelandet Ich finde das sieht am interessantesten aus Das hat auch gerade Oskar probiert Deswegen snack ich mir den Donut rein Das ist gut Mädels Power Wir hatten eine Sieben Und was hast du? Das ist unsere Ausbeute Jeder hat einen Donut für 2,90 Euro Ich habe noch einen Latte Macchiato dabei Und ich habe mir einen Bubble Tea geholt Der hat 3,50 Euro gekostet Und hier dieser Donut ist einfach mit Bubblegum gefüllt Ich wusste nicht ob ich es mag Aber der sah einfach so fancy aus Deswegen wollte ich den unbedingt probieren Boah Alter So richtig süß Also muss man mögen Aber mega interessant Mein ist heftig Macaron Alter man sieht gar nicht dass der gefüllt ist Aber sie meinte der ist mit Bubblegum gefüllt Aber er schmeckt übel krass nach Bubblegum Ich glaube Bubblegum ist oben Dieses glazed Bubblegum Aber dann wäre das so heftig Alter So krass Bubble Tea Das ist so geil mit dem Bubblegum Perfekt Okay Freunde Als nächstes geht es Sushi essen Und weil ich Sushi liebe Hoffe ich jetzt einfach mal auf eine 16 16 wäre super Ah 4 Perfekt Das wird auf jeden Fall 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 Wie wir leben Keiner der Prozess Ich krieg natürlich wieder eine 20 15 15 Oh gutes Sushi wird das Okay Ich äh Ja ich bin immer auf Diät Wie eben auch schon Deswegen Deswegen Wenig würde auch passen So ein Sushi Menü wäre schon Nice 6 Vielleicht Ich glaube das wird äh Oder ist das neun 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 Doch weil der Punkt ist so Achso ja ok Ich hab bisschen Hunger Also ich lass mich überraschen Mal schauen Der 5 Schade Mal schauen Mal schauen ob ich was dafür bekomme Ich muss ganz ehrlich sagen Dass ich irgendwie noch so voll bin von dem ganzen Essen heute Deswegen 12 wäre in Ordnung Weil dort wo wir Sushi essen gehen Ist es richtig teuer Okay Let's go 14 Nice Ist ok Perfekt Dann geht's jetzt durch jetzt Es geht Abendessen Und Arthur und ich hatten Glück gehabt So was hast du gewürfelt Willi? Ich hab ne glorreiche viel gewürfelt Freunde und ich konnte mir ne schöne Plain Reisball holen für 3,49 Euro ohne nichts einfach Reis Ich weiß nicht Vielleicht schnöre ich mir noch irgendwo Sojasauce oder so Mal gucken Mal gucken ob ich mit dir teile Sticky Rice Klassischer Sushi Reis Ja Nice Rice Nice Rice Mit Sesam schön Ich hatte eine klassische 5 Ich hab auf jeden Fall Biosas bestellt und bin damit voll im Rahmen mit 4,90 Euro Probier die mal Wo ist eigentlich euer Getränk? Nicht existent leider Mandy, aber danke Die sind gefüllt mit Hähnchen und Gemüse extremst lecker dazu ist so ein Süß-Sauer-Dip Sauer-Chili mal schauen Crunchy Gut Süß-Sauer-Chili Sehr lecker Okay Leute, ich hatte eine 14 gewürfelt und ich hab für 9,89 Euro, wollte ich noch mal betonen hier 9,89 Euro Sushi bestellt mit Wasabi Mayo und Hähnchen, ich bestelle immer Sushi mit Hähnchen Dazu gibt es natürlich nur für mich ein Getränk hier, Cola Zero Ich kann einfach kein Sushi mit Stäbchen essen Aber trotzdem erstmal so halten, so fürs Feeling Sie hat es eben so versucht Für die Zuschauer Freunde, ich habe eine schöne 15 gewürfelt, das heißt, die konnten mir ordentlich gönnen Ich habe geguckt, okay, was willst du, willst du Sushi, willst du was anderes Ich habe mir dann eine Pokeball geholt, Freunde, die sieht richtig, richtig fresh aus Die habe ich selbst zusammengestellt Ja man Sehr, sehr geil Da drin ist Reis, dann haben wir Mango, dann haben wir Granatapfel, Frühlingszwiebeln, Paprika und Krabben, glaube ich Und so eine Chili-Mayo-Soße Ich probiere einmal rein Ich versuche alles auf eine Gabe zu bekommen, damit ich auch die volle Tastigkeit habe Danke Bitte Also an eurer Stelle hätte ich schon echt wiederhoben Ich bin sehr zufrieden, 14,90 Euro hat das gekostet Ja, ihr habt echt das Beste, ihr beiden in der Mitte Schöne Sachen Deswegen sitzen wir auch in der Mitte Ich habe einfach Garnelen mit, oh, das ist spiegelverkehrt Garnelen mit Chili Dip Chili Mayo Die konnte ich mir holen, weil ich eine 6 gewürfelt habe und die 5,90 Euro gekostet habe War genau im Budget Klappig und saftig So Freunde, wir hoffen natürlich, dass das Video euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like da und schaut in die Videobeschreibung für die besten Rabatte Jetzt könnt ihr euch das Video von Saskia anschauen Und wie gesagt, für den Rest haben wir auch Videos gedreht Die pinne ich euch alle unten im ersten Kommentar an Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen Bleibt gesund und bis dann Tschüssi Kosti Tschüss Tschüssi